Lieber Herr Kohler, wir finden es schade, dass Sie gehen müssen. Vor drei Monaten wurden Sie noch zu einem der besten Lehrer Deutschlands ausgezeichnet und heute müssen Sie die Schule verlassen. Trotzdem sind wir dankbar für all die unvergesslichen und schönen Momente, die wir gemeinsam hatten. Wir werden Sie vermissen.